Herr Kollege Aiwanger, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen geltendes Recht und Gesetz wiederherstellen. Das ist schon mal die zentrale Botschaft, um mit diesem Problem fertig zu werden. Wir diskutieren auch heute wieder teilweise auf ideologischem Niveau. Wenn Sie Ehekrach haben, Herr Seehofer, dann lassen Sie sich scheiden. Aber es ist schwerlich zuzuhören, dass hier Rot und Schwarz ihre Berliner Koalitionsstreitigkeiten im Bayerischen Landtag austragen. Dass sie sich hier gegenseitig Unfähigkeit vorwerfen, aber dass sie des Pudels Kern nicht benennen. Ihre Bundeskanzlerin, die sich nach wie vor weigert, klare Signale zu setzen, wo denn der Zug hingehen soll. Eine Kanzlerin, die sich jetzt schön langsam aufmacht, mit der Türkei und dergleichen ins Gespräch zu kommen. Die aber nach wie vor keine klare Botschaft sendet, dass sie an geltendem europäischen Recht wie den Dublin-Vorgaben festhalten will. Selbst wenn die momentan von der Realität etwas überrumpelt worden sind. Eine Bundeskanzlerin und eine Bundesregierung, die Sonderzüge aus Salzburg mit Flüchtlingen zulässt, mit unregistrierten Leuten, die dann nicht mal in Passau kontrolliert werden, sondern die weitergeschickt werden in Wartebereiche. Ich habe gestern mit einem Bürgermeister aus dem Landkreis Straubing telefoniert. Eine Wartebereichseinrichtung im Landkreis Straubing, wo dann auf dem Weg dorthin in großer Zahl die Menschen verschwinden. Irgendwohin keiner weiß, wohin keiner weiß wer. Geltendes Recht wird derzeit nicht angewendet. Deshalb wiederhole ich, setzen Sie erstmal alles in Bewegung, um geltendes Recht wieder anzuwenden. Sonst ist alles nur eine Diskussion auf hohem Niveau. Und Herr Seehofer, Sie haben die letzte Karte noch nicht gezückt. Und ich appelliere an Sie, eine eindeutige rote Linie zu definieren, die beispielsweise lauten könnte, bevor das erste private Gebäude in Bayern beschlagnahmt werden muss, um Flüchtlinge unterzubringen. Kündigen Sie einer Frau Merkel die Koalition auf. Das wäre ein Zeichen. Das wäre ein Zeichen. Bevor ein Bürgermeister sich draußen hinstellen muss und muss privat den Wohnraum beschlagnahmen, der braucht bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten. Sie lassen diese Leute eventuell dort alleine sitzen. Bevor Sie diese Leute mit diesem Versagen der Bundespolitik konfrontieren, mit dieser letzten Konsequenz des Eingriffs ins private Eigentum, sind Sie als Teil der Bundesregierung verantwortlich, auch alles zu tun, was Sie tun könnten. Nicht irgendwelche Selbstanzeigen anzudrohen, sondern zu sagen, Frau Merkel, dann regieren Sie mit der SPD alleine weiter, aber der Segen der CSU ist ja nicht mehr dabei. Das haben Sie im Kreuz. Und wenn Sie das nicht ernsthaft in den Raum stellen, dann ist Ihre heutige Regierungserklärung leider wieder nur eine zahnlose Ankündigung. Ein Hoffen des Hineinrätens in die Weihnachtsferien. Wir haben die Sommerferien mit wohlfeilen Äußerungen überstanden. Da wurden die Grenzkontrollen aus der Lösungsansatz angepriesen. Die haben nicht viel gebracht, außer dass die Schleuser jetzt die Leute nicht mehr mit dem LKW über die Grenze fahren, sondern dass mit dem Sonderzug abgeholt werden oder jenseits der Grenze ausgesetzt werden. Wir brauchen jetzt Lösungen. Wir Freien Wähler sind die Partei der Kommunen und der Bürger. Und ich habe heute Morgen mit unserem Landrat im Landkreis Landzut telefoniert. Meine Damen und Herren, während wir hier sitzen und irgendwelche Luftschlösser bauen, kriegt er heute 70 Asylbewerber zugewiesen und muss die unterbringen in den nächsten Stunden. Der ist jetzt draußen und schaut, wo er die unterbringt. Täglich zehn Personen im Landkreis Landzut. Wöchentlich 70. Und ich sage Ihnen jetzt noch eins, was wir als Partei der Bürger und als Partei der Kommunen sagen dürfen und sagen, müssen, er hat mir auch gesagt, dass es sich, ich nenne die Gemeinde dazu, in der Gemeinde Ergolding im Landkreis Landzut, Fälle gibt von sexuellen Übergriffen von Asylbewerbern auf Jugendliche im benachbarten Freizeitzentrum. Das muss man sagen, das steht mittlerweile auch dort in der Zeitung, wo jetzt Eltern Angst kriegen, wo jetzt Eltern fordern, entweder private Sicherheitsdienste oder die Polizei, weil sie ihre Kinder dort nicht mehr hingehen lassen müssen. Und vor diesem Hintergrund sagt mir auch, dieser Landrat des Landkreises Landzut ist ja nicht gewillt, in den nächsten Wochen Schulturnhallen zu beschlagnahmen und auf Pausenhöfen dann eben die Kinder und die Flüchtlinge dort zu lassen. Ich weiß, das ist politisch unkorrekt, was ich jetzt sage und dürfte man nicht und sollte man nicht. Aber es steht mittlerweile in der Zeitung, das sagt mir der Landrat. Meine Damen und Herren, das sind die Dinge, die jetzt draußen auch beim Bürger aufschlagen. Das ist die eine Seite. Ich will nicht nur diese Seite benennen. Ich will auch andere Beispiele benennen, wo mir ein Firmeninhaber sagt, er hätte jetzt einen syrischen Flüchtling, den er im Handwerk hier brauchen könnte, aber der aufgrund dessen, weil er eben die Arbeitserlaubnis noch nicht hat, den darf er nicht anstellen. Oder er hat so viele Verfahrensschritte dazwischen, dass diese Integration, die in diesem einen Fall gelingen könnte, wieder an der Bürokratie scheitert. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt das richtige Zeichen ist, das Arbeitsverbot jetzt von drei auf sechs Monate zu verdoppeln. Natürlich will man reduzieren, dass Leute ins Land gelockt werden. Jawohl, das verstehe ich. Aber wenn die Wirtschaft diese Leute im gezielten Fall brauchen kann, dann ist der an der Stelle besser aufgehoben am Arbeitsplatz, als wenn Sie jetzt wieder beschließen, dass das Arbeitsverbot verlängert wird, während man gleichzeitig der Regierung signalisiert, jawohl, das sind eure Lehrlinge, eure Facharbeiter. Bisher haben wir gesagt von morgen, jetzt sagt man von übermorgen. Wann ist übermorgen? Nein, also auch das müssen wir sagen. Wir stehen dazu, die Leute, die wir hier in den Arbeitsprozess integrieren können, auch mit allen Maßnahmen zu integrieren. Aber da steht man sich jetzt wieder selber im Weg und will wenigstens das, was möglich ist, nicht möglich machen. Auch das ist ein falsches Zeichen, meine Damen und Herren. Aber auch hier müssen wir Nostalgikern entgegentreten. Wenn wir einige Zeit zurückdenken, dann hat es ja geheißen, ja, der Mangel an Erzieherinnen, den lösen wir durch junge Spanierinnen und Griechinnen, die jetzt dann in den Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten werden, grandios gescheitert. Jetzt sagt man die Facharbeiter. Und ich bringe wieder ein Beispiel vom heutigen Tag. Ich habe noch im Sommer mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband gesprochen. Da haben die noch gesagt, gebt uns die Flüchtlinge, gebt uns diese jungen Leute, wir bringen die unter. Jawohl, einen gewissen Teil werden sie unterbringen. Aber hier sind kulturelle Hürden teilweise im Wege. Und ich sage auch heute, was mir heute gesagt worden ist, vor einer Stunde, vor zwei Stunden. Dass sie eben Probleme haben mit muslimischen Jugendlichen in der Gastronomie, weil die kein Schweinefleisch anfassen dürfen, den kann er im Zweifel dort nicht einsetzen, wo er ihn einsetzen will. Das alles müssen wir sagen, um differenziert ein Thema zu lösen, ohne zu sagen, Zuwanderung ist per se gut oder Zuwanderung ist per se schlecht. Meine Damen und Herren, wir müssen genau hinschauen. Wir müssen jeden Einzelfall bewerten. Nur dann werden wir der Thematik gerecht. Nur im Einzelfall wird man Lösungen finden. Pauschale Lösungen werden scheitern. Das haben uns die vergangenen Jahre gezeigt, meine Damen und Herren. Und bei diesen Lösungen kann man ja durchaus sagen, dass Teilerfolge erzielt worden sind. Und ich will eine Frau Merck hier durchaus loben, die am Balkan unterwegs war und dort gesagt hat, bitte bleibt zu Hause, ihr habt keine Chance, ins Asylgesetz hier reinzufallen. Das macht keinen Sinn. Die Zahlen von dort, wenn man den letzten Statistiken glauben kann, gehen zurück. Jetzt müssen wir auf andere Ströme genau hinsehen. Und da können viele syrische Flüchtlinge dabei sein. Da sind aber bei genauem Hinsehen auch 30 Prozent von Leuten dabei, die sagen, sie sind Syrer und die sind keine. Auch das müssen wir sagen dürfen, um die Probleme zu lösen. Und dann müssen wir auch benennen, wenn wir zu liberal sind und gar nicht hinschauen. Auch das ist mir gesagt worden, dass mittlerweile Pakistaner aus Griechenland, die dort zehn Jahre lang schwarz gearbeitet haben, jetzt auch über die Route noch reinkommen wollen. Und sagen, sie seien Syrer, können aber kein Wort syrisch. Und deshalb ist es dringend nötig, hier genügend Personal zu haben, hier genau hinzusehen, um die wirklich Bedürftigen von den anderen ja irgendwo auch trennen zu können und gezielte Lösungen anzubieten, die das System nicht zum Kollabieren bringen, sondern den wirklich Bedürftigen die Hilfe gewähren. Das heißt aber auch in der anderen Konsequenz, denen, die das System ausnutzen, genau auf die Finger zu sehen. Und da haben sie zu lange geschlafen. Da haben sie, und jetzt Dankeschön, dass sie jetzt unseren Forderungen nach mehr Asylrichtern endlich zugestimmt haben, nachdem wir es ein halbes Jahr lang gefordert haben. Also auch so viel dazu, Herr Kreuzer. Nicht nur anderen hat man es drei Monate sagen müssen. Auch Ihnen hat man es drei Monate sagen müssen. Probleme zu lösen. Und ich sage Ihnen noch was. Die Freien Wähler sind diejenigen, die wirklich hier vom Einzelfall her die Thematik angehen, die aus Sicht der Kommunen, die aus Sicht der Bürger, die aus Sicht der Wirtschaft mit einem Realitätssinn reingehen. Wir sind hier vielleicht nicht wie andere Parteien ideologisch belastet, die traditionell gesagt haben, Zuwanderung ist immer gut, oder andere, die gesagt haben, Schatten runter und dann ist der Fall erledigt. Wir müssen passgenaue Lösungen entwickeln. Und die haben Sie eben weder in der Vergangenheit gezielt angewendet, noch habe ich die große Hoffnung, nachdem heute gehörten, dass wir Weihnachten aufatmen können und sagen, wir hätten die Lage im Griff. Herr Rindersbacher, wenn Sie sagen, Herr Steinmeier sei jetzt in diesen Transitländern und Syrien-Nachbarländern unterwegs und Deutschland würde hier jetzt um 100 Millionen aufstocken oder irgendwo einige hundert Millionen dort zur Verfügung stellen. So hart es klingt und so leid es uns für unsere Geldbörse tut, meine Damen und Herren, aber man wird dort nicht mit ein paar hundert Millionen löschen können, man wird in die Milliardenkategorie gehen müssen. Und genauso, wie Sie es geschafft haben, über Nacht die Staats- und Regierungschefs der Eurozone zusammenzudrommeln, um die nächsten Milliarden-Traschen für Griechenland freizugeben, auch dort hat man nicht mit hunderten Millionen jongliert, sondern da war der Koffer deutlich dicker, da wurden die Milliarden und die zig Milliarden von heute auf morgen freigegeben. Dieselbe und eine noch größere Herausforderung ist die jetzige Flüchtlingssituation, da steht ja noch mehr humanitäre Katastrophe mit dahinter. Mein Appell an Sie, wenn Sie dort international was retten wollen, dann werden Sie die Milliarden anfassen müssen und nicht länger nur die Millionen. So leid uns das tut. Wir haben hier auch die Leute von den internationalen Hilfsorganisationen, ich war auch vorgestern bei deren Gespräch mit der Überschrift Fluchtursachen bekämpfen. Und es ist beschämend, von denen hören zu müssen, dass sie überhaupt kein eigenes Budget haben, keinen Haushalt haben, sondern Jahr für Jahr sich ihre Millionen neu zusammenbetteln müssen. Aber ganz klar sagen, hätten wir etwas mehr Geld, könnten wir innerhalb kürzester Zeit die humanitäre Hilfe im Libanon, in Jordanien, in der Türkei aufwachsen lassen. Wir könnten von heute auf morgen mehr Lebensmittel kaufen, könnten Perspektive vor Ort schaffen. Und wenn wir wissen, dass 70 Prozent der Syrer eigentlich gar nicht aus dem Land wollen, sondern eigentlich heimatnah oder in der Heimat bleiben wollen, dann ist es eine Katastrophe und ein Versagen der internationalen Politik, von einer Frau Merkel bis zu einem Außenminister Steinmeier, dass wir diese Länder bis heute quasi im Stich gelassen haben und diese Hilfsorganisationen mit Peanuts abspeisen. Meine Damen und Herren, und man wird auch internationale Gespräche führen müssen. Jetzt sieht man ja, dass man ohne Assad wohl nicht um die Runden kommen wird. Man wird auch mit Putin reden müssen, wer wo wie eintritt. Man wird über Schutzzonen reden müssen. Und man wird natürlich auch aufpassen müssen, hier nicht zum Spielball zu werden, wenn die Türken sagen, wir wollen die UNO-Schutzzone nur dort, wo man kurdisches Gebiet zerschneiden kann, damit die kein einheitliches Siedlungsgebiet bekommen. Dazwischen setzen wir denen die Zone rein und so weiter. Und man wird auch an unseren Freund Amerika sagen müssen, wer international agiert, muss die Dinge zu Ende denken. Und wenn wir eine Bilanz unter den arabischen Frühling ziehen, dann war das wohl nicht die große Erfolgsstory, sondern dann haben wir wohl viele Länder destabilisiert. Und heute ist dort die Menschenrechtslage katastrophaler als vor dem Eingriff, der begründet worden ist, damit die Demokratie wiederherzustellen, meine Damen und Herren. Auch das müssen wir genau benennen und müssen die Dinge zu Ende denken. Wir stellen aber heute fest, dass diese Flüchtlingspolitik immer noch nicht bei allen Entscheidungsträgern einheitlich gesehen wird, dass es immer noch viele gibt, die meinen, da ist der ganz große Reibach zu machen. Es geht ja jetzt auch irgendwo darum, woran kann man verdienen. Wir erleben, dass Kommunen sagen, und da mache ich mich auch zum Fürsprecher dieser Kommunen, dieser Landräte, die sagen, die Jugendhilfestandards sind überzogen. Wir können nicht jeden, der behauptet, unter 18 Jahre alt zu sein, oder das auch wirklich ist, in den vollen Jugendhilfestandard reinstecken, um mit 5.000 Euro auszustatten, wenn wir Landkreise haben wie Passau, die an die 2.000 Jugendliche unbegleitete Minderjährige haben. Meine Damen und Herren, dort muss ordentliche Unterbringung und Betreuung in diesen Fallen auch gut genug sein. Und es muss nicht 5.000 Euro im Monat kosten müssen, meistens dann abgeführt an eine private Hilfsorganisation, die hier sagt, jawohl, ich mache das nächste Heim auf und ein paar passen schon auf und die Überweisung ist getätigt. Wir müssen hier mit dem knappen Geld unserer Bürger und Kommunen auch sorgsamer umgehen, um die Dinge ins richtige Lot zu bringen. Und wir müssen auch pragmatisch genug sein, andere Dinge neu zu überdenken. Ja, wohl, es waren vielfach die Bürgermeister, die uns vor zwei Jahren gesagt haben, du mit den Essenspaketen, meine zehn Asylbewerber, die Hälfte schmeißen sie weg, weil sie das nicht mögen und das andere mögen sie nicht. Gibt doch denen das Bargeld ist für uns ein Praktischer, dann braucht man nicht das Essen hinfahren. Das mag in dem Fall dann sinnvoll sein. Wenn wir aber heute feststellen, dass diese Bargeldlösungen in vielen Fällen dazu führen, dass Flüchtlinge bei der Tafel ihr Essen beziehen und das Geld nach Hause überweisen, ich kann Ihnen den Bürgermeister dazu benennen, der mir das gesagt hat, dann müssen wir überlegen, ob man nicht an dieser Stelle mehr zum Sachleistungsprinzip geht, um hier wieder Fehlanreize zu vermeiden. Dann ist das nicht eine Inhumanität, die irgendwo nicht verfassungskonform ist, sondern dann müssen wir hier Lösungen finden. Und genauso, meine Damen und Herren, sehe ich es mit der Residenzpflicht, in Zeiten, wo wir wenige 10.000 Flüchtlinge pro Jahr hatten, war es vielleicht etwas überzogen zu sagen, der muss in seiner Kommune und in seinem Landkreis bleiben und wenn er mal in den Nachbarlandkreis, dann muss er sich ein Sondererlaubnis ausfüllen lassen. Okay, dann hat man gesagt, es ist ein wenig lockerer, die Verwaltung etwas zu entschlacken. Wenn wir aber heute eine Situation haben, dass wir nicht mal mehr nicht mehr wissen, in welchem Landkreis ist der, sondern nicht mal wissen, in welchem Bundesland ist der, nicht mal wissen, wer ist das überhaupt, ist er überhaupt noch in Deutschland oder kommt er in einem halben Jahr wieder irgendwo, schlägt er wieder in Berlin auf und meldet sich dort plötzlich wieder. Also wenn wir die Kontrolle über dieses System verloren haben, dann müssen wir über eine Reaktivierung der Residenzpflicht für gewisse Personenkreise nachdenken, um das System steuerfähig zu halten, wo es nicht heißt, dass wir an anderer Stelle, wo es passt, die Zügel wieder locker lassen. Also ich fordere hier eindeutig mehr Pragmatismus und weniger Ideologie und das ist vor allem mein Appell an die beiden großen Lager hier in diesem Landtag und im Bundestag wird es ja wohl ähnlich aussehen, vielleicht noch polarisierender und die Bürger wollen Lösungen, glaubhafte Lösungen, was in den letzten Wochen, was in den letzten Monaten angeboten worden ist, das hat leider die Wirkung verfehlt. Ich sage mit der Ausnahme des klaren politischen Signals in den Balkan hinein, Leute, das hat keinen Sinn. Genau dieses selbe klare politische Signal will ich auch von einer Bundesregierung erwarten können in andere Länder hinein, auch an Länder, die sich über die EU Hoffnungen machen, hier eine engere Zusammenarbeit zu bekommen. Auch dorthin müsste die angeblich mächtigste Frau Europas klare Signale senden können, wenn sie denn wollte. Und Sie, Herr Ministerpräsident, Sie fordere ich dazu auf, ihre letzte Waffe zu zücken und dieser Dame noch deutlicher zu sagen, wo der Hammer hängt, Sie müssen sagen, Frau Merkel, wenn Sie hier nicht auf eine vernünftige Politik einschwenken, sondern weiterhin Facebook-Partys auf Kosten Deutschlands veranstalten wollen, dann ist das nicht mehr unser Weg, dann gehen Sie diesen Weg alleine, also diese Konsequenz haben Sie in der Hand. Und noch eins, glaube ich, müssen wir gemeinsam diskutieren. Es ist ja eine Frage der politischen Wahrnehmung und des politischen Transportierens. Auch die Medien haben eine wichtige, ich sage eine mindestens so wichtige Rolle wie die Politik in dieser Situation. Und wir haben es alle erlebt, als man vor einem Jahr davor gewarnt hat, dass uns diese Flüchtlingszahlen über den Kopf wachsen. Oder als man gesagt hat, wir müssen in den Herkunftsländern Lösungsansätze anbieten. Dann hat man sehr schnell Kommentare bekommen von jungen Journalisten, die sich das vielleicht ernst meinen und ehrlich meinen. Und die ja Ihnen gleich vorgeworfen haben, ja, wollt ihr denn in Wettbewerb treten mit irgendwelchen anderen dubiosen Parteien und veranstaltet ihr hier einen Wettlauf? Nein, meine Damen und Herren, wir wollen als Politiker auch ehrlich mal Lösungsansätze anbieten dürfen, ohne ständig von den Medien einen Spiegel vorgehalten zu bekommen nach dem Motto, ja, das ist ja alles nur taktisch. Nein, meine Damen und Herren, man muss auch der Politik zugestehen, auch mal Entscheidungen und Lösungsvorschläge im Sinne seiner Bürger zu machen und nicht immer nur aus Parteitaktik. Und das heißt, wir müssen als politische Mitte handlungsfähig bleiben oder es wieder werden. Wir müssen Lösungen auch aufzeigen, ohne sie nur in den Raum zu stellen, um politisch fehlgeleiteten Volksverhetzern das Wasser abzugraben. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden sich viele der normalen Menschen draußen von der Politik verabschieden, werden in die innere Immigration gehen, gar nicht mehr zum Wählen gehen oder Denkzettelwahlen herbeisehnen. Meine Damen und Herren, die Geschichte wiederholt sich. Wir hatten das in den 90er Jahren und wenn wir die Kurve nicht kratzen, dann haben wir es sehr bald wieder. Vor diesem Hintergrund appelliere ich gerade an Rot-Grün, die Zeichen der Zeit zu erkennen, so wie sie damals einer Verschärfung des Asylrechts auch zugestimmt haben, weil sie auch gesehen haben, letzter konsequenzmäßig, dass es dann nicht unbedingt der politisch Radikale ist, der Denkzettel verpasst, sondern häufig auch gerade ihre Wähler, der Rentner, die Arbeiterschaft, hat plötzlich das Kreuzchen an Stellen gemacht, wo sie es nicht vermutet hätten. Also auch vor diesem Hintergrund müssen wir politisch Ziele anfisieren und gemeinsam umsetzen und auch glaubwürdig umsetzen. Und da braucht man die ehrliche Definition der Situation und die ehrliche Analyse. Und die heißt eben nicht unbedingt, das Boot ist voll, das ist irgendwo politisch diskreditiert, sondern das heißt, wir können diese Zuwanderung auf Dauer nicht mehr vernünftig steuern, nicht mehr vernünftig bewerkstelligen. Der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ist zu hoch. Und es ist nicht alternativlos, diese Leute alle nur in Deutschland unterzubringen, sondern wir haben Alternativen in den Nachbarländern, die wir nicht ausgeschöpft haben. Das müssen wir gezielt ansteuern. Und ich warne auch davor, die 30 Prozent Kommunen, die bis heute keinen Flüchtling aufgenommen haben, hier an den Pranger zu stellen. Meine Damen und Herren, das sind vielfach Kommunen, wo die bisher geforderte Infrastruktur eben nicht vorhanden ist. Der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr, der Supermarkt um die Ecke, den man auch zu Fuß erreicht, die nahe Hausarztversorgung und dergleichen, das sind Kommunen. Und Sie kennen die Debatte der letzten Monate, wo es geheißen hat, nein, im Bayerischen Wald wollen wir nicht hin, da ist nichts los. Wir wollen in die Nähe von München. Auch das sind Wahrheiten. Also ich bin kein Freund dessen, diejenigen heute an den Pranger zu stellen, die vielleicht noch für ein paar Wochen Atempause sorgen könnten. Natürlich soll sich keiner seiner Verantwortung entziehen können. Aber pauschal zu sagen, 30 Prozent, wenn noch mitmachen, dann bringen wir 30 Prozent mehr unter. Das sind häufig sehr kleine Kommunen, häufig ländliche Kommunen, wo diese Situation eben nicht gegeben ist, die man für eine vernünftige Erstintegration auch braucht. Wir müssen heute, wo wir noch ein bisschen Luft in der Sauerstoffflasche haben, das Problem lösen. Und nicht sagen, macht jetzt mal ihr 30 Prozent noch mit und dann schauen wir wieder weiter. Wir brauchen heute die Lösungen. Die liegen auf der Hand. In der Kommune beginnend, den Kommunen auch alles abzunehmen, was auf deren Schultern lastet. Und wenn Sie schon sagen, es ist Bundesaufgabe, Herr Ministerpräsident, und nicht Aufgabe des Landes, dann stelle ich obendrauf und schon gar nicht die Aufgabe der Kommunen. Die retten Ihnen momentan den Hintern. Also darum geben Sie denen alles, was die brauchen. Und das ist das Personal bei den Gemeinden, das ist das Personal bei den Sozialämtern, das ist das Personal bei den Ausländerbehörden der Landkreise. Die stellen derzeit in Dutzenden Personal ein, auf eigene Rechnung. Das geht so auf Dauer nicht weiter. Die Milliarden, die Sie von oben kriegen, geben Sie die dorthin durch, wo die Arbeit erledigt wird. Und ein kleines banales Beispiel sei mir auch noch erlaubt zum Schluss. Meine Damen und Herren, mich hat vorgestern ein Lehrer angesprochen und hat gesagt, die Stellen ist schön und gut, aber gebt uns ein gewisses Budget. Ich suche mir dann schon die Person vor Ort. Das kann die polnisch sprechende, integrierte Person sein, die dann irgendwo gezielt, okay, dann setzt dort noch was drauf, dass die Schulen dort genügend auch Budget haben, um das Personal, das sie brauchen, gezielt anzustellen und nicht zu sagen aus dem Helferkreis, die Person würde ja eigentlich passen. Aber ich muss dir sagen, du kannst ehrenamtlich weitermachen, aber dich ordentlich zu bezahlen. Dafür fehlen die Mittel. Diese Aufgaben kosten Geld von der internationalen Situation über die Landesebene bis zur Bundesebene, bis zur kommunalen Ebene. Meine Damen und Herren, das kostet richtig Geld. Und da müssen wir am Ende dann auch ehrlich sein und sagen, wie viel können wir leisten, wie viel wollen wir auch leisten, wie viel ist auch alternativlos, dass es geleistet werden muss. Oder wie viele fahren hier nur auf dem Trittbrett mit und bedienen sich eines Systems, das aufgrund des Versagens der Bundes- und Europapolitik eben jetzt offen steht. Korrigieren Sie die Fehllage auf europäischer Ebene und ihr Asylverfahrensgesetz. Kehren Sie zu Pragmatismus zurück. Und seien Sie so ehrlich zu sagen, jawohl, wir wollen den Menschen in Not helfen, aber wir können nicht alles tun und wir müssen gezielte Lösungen anbieten. Das System hält noch einige Zeit durch, wenn Sie die Kommunen unten noch mitnehmen, wenn Sie die Kommunen unten aber jetzt nicht mehr mitnehmen. Und das haben wir ja die ersten Zeichen, dass die Landkreise in der Grenzregion schon Aufnahmestopp verkünden werden. Dass auch ein Landkreis Landshut, um im Beispiel zu bleiben, mit dem ich heute telefoniert habe, sagt, in wenigen Wochen ist sein Soll erfüllt, dann hat er seine 1.800 Flüchtlinge und dann schickt er alles durch und wird keine Bürgermeister mehr mit dem Thema behelligen. Meine Damen und Herren, dann haben wir Feuer am Dach. Löschen wir, solange das noch geht. Seien wir ehrlich zu uns selbst, der Appell an Rot-Grün. Sind Sie für Lösungen, die funktionieren, damit dieses Asyl- und Flüchtlingsthema eben nicht uns schafft, sondern dass wir es schaffen. Aber was derzeit an Weichenstellungen im Raum steht, deutet eher darauf hin, dass es uns schafft, als dass wir es schaffen. Und zeigen Sie Ihrer Frau Merkel noch einmal, wo der Hammer hängt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege Tastelin steht schon bereit für eine Zwischenbemerkung. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Aiwanger, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass wir sehr viel Zeit verloren haben. Auch wenn Herr Kreuzer in seiner Rede gesagt hat, dass der Ministerpräsident zeigt, was geht und eiert nicht rum. Wir haben beispielsweise schon länger, es hat auch mein Fraktionschef Markus Rindersbacher gesagt, ein Integrationsgesetz gefordert. Wir haben das hier im Bayerischen Landtag eingebracht, das wurde von Ihnen abgelehnt, weil der Herr Ministerpräsident irgendwann in seiner ersten Regierungserklärung, glaube ich, gesagt hat, dass er keinen einzigen zusätzlichen Paragrafen in dieser Legislaturperiode möchte. Und das kann ja kein Argument sein, um etwas abzulehnen. Jetzt auf einmal entdeckt die Regierung auch, dass ein Integrationsgesetz sehr förderlich für Bayern sein kann. Das ist es und das ist auch gut so. Wenn Sie davon reden, dass dieses Paket nicht Millionen, sondern Milliarden kostet, gebe ich Ihnen völlig recht. Wir müssen aber den Bürgerinnen und Bürgern ganz deutlich sagen, dass dieses Geld nicht irgendjemandem in den Rachen geschmissen wird, sondern dieses Geld wird in bayerische Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Verwaltungskräfte und Polizistinnen und Polizisten investiert. Es ist im Grunde genommen ein Konjunkturpaket, was sehr gut ist für Bayern. Wenn Sie solche Formulierungen, lieber Herr Einwanger, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, solche Formulierungen wie, Muslime finden in Bayern in der Gastronomie keinen Job, gehören, glaube ich, nicht in den Bayerischen Landtag. Ich glaube, Sie sind auch froh, wenn die Kellnerin oder der Kellner unterwegs von der Küche zu Ihnen an den Tisch ihr Essen nicht mit bloßen Händen anfasst. Und außerdem lade ich Sie gerne mal nach Nürnberg ein, wir gehen mal in ein veganes Restaurant und Sie können quasi auf meine Kosten gemeinsam mit mir essen. Okay, noch eine kurze Antwort darauf. Jawohl, es kostet Milliarden, trotzdem müssen die Milliarden gezielt eingesetzt werden und ich glaube, dass wir momentan eben viel Geld an falscher Stelle ausgeben. Ich sage hier den Bereich der Jugendhilfe, wo man vielleicht hier überzieht. Wir hoffen, dass das Geld nachher richtig eingesetzt wird, dass es auch den richtigen Personenkreisen zugute kommt, nicht Leute, die sich Asyler titulieren, aber keine sind. Und bis wir es merken, weil wir zu wenig Asylrichter und so weiter hatten, dann sind eben die Tausende aufgelaufen. Also genau hinschauen, um die Gelder der Bürger sinnvoll einzusetzen. Applaus Applaus